Hi, ich bin Pauline und ich nehme jetzt seit knapp zweieinhalb Monaten bei Minuscha Gesangsunterricht. Das hat sich eigentlich ganz zufällig ergeben, ich bin auf Facebook auf sie gestoßen, war davor schon ein bisschen auf der Suche, aber habe niemanden gefunden, der mich so begeistert hat. Aber genau, ich hatte dann eine Probestunde genommen, die mir auch direkt sehr gut gefallen hat und dann habe ich mich dafür entschieden, einfach dabei zu bleiben, was ich auch keinen Tag bereut habe bis jetzt. Und was mir besonders gut gefällt, ist halt auf jeden Fall die Variation. Also, dass wir halt jedes Mal ein bisschen was anderes machen, jedes Mal lerne ich auf jeden Fall auch mindestens eine neue Aufwärmübung und auch, dass ich mir halt mal Songs selber aussuchen kann oder dass sie mir auch mal Songs vorschlägt, mit denen ich dann bestimmte Aspekte, zum Beispiel meine Kopfstimme trainieren kann. Natürlich findet das im Moment digital statt, also über Zoom und die Tonqualität ist sicherlich nicht ganz die gleiche, wie wenn das jetzt live wäre, aber selbst wenn jetzt Gesangsunterricht bald wieder live stattfinden könnte, würde ich auf keinen Fall tauschen und zu einer anderen Lehrerin gehen, weil mir einfach der Unterricht so gut gefällt. Und deshalb Daumen hoch und ich kann es nur weiterempfehlen. Also, ich kann es nur weiterempfehlen,